Willkommen, Willkommen, Willkommen. Wir spielen wieder Let's Play Stardew Valley und machen uns wieder auf dem Weg in die gefährliche Mine. Ah, wir können endlich mal durch. Oh, wer bist du denn? Julio Samuel! Und jetzt? Zeig, ich zeig dir den Ring. Oh, kann ich ein Geschenk machen? Ich hab hier schon ein Geschenk gemacht, ja, achso. Weiß ich nicht, was das jetzt zu bedeuten hat. Wir gehen mal auf 90. Gucken. Wir gehen mal. Wir gehen mal. Wir gehen mal auf 90. Gucken. Wir gehen mal. Wir gehen mal auf 80. Gucken Sie bitte? Ja, ich seh sie noch mal. Wir gehen mal auf 90. Gucken Sie hier mal auf 100. Gucken Sie nach oben. Und dann muss ich gerne nach oben gehen. Ist das? Vielleicht müssen wir diesen komischen Typen drum einmal so ein bisschen bestechen jeden Tag. Oder vielleicht sogar jedem Geschenk. Wo sind denn noch ein paar schöne Ressourcen hier? Ja, das war's. Ja, das war's. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das hat mich schon ziemlich geschwächt hier. Das hat mich schon wirklich gespannt. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.